Guten Abend. Für euch, für euch alle Nummer 612. Heute ist Montag, der letzte Montag vor den Weihnachtsfeiertagen, der 20. Dezember 2021. Und der Wilhelm Müller in seiner Winterreise noch drei Gedichte mit dem heute. Hat wieder überhaupt keine Hoffnung. Gut, es ist immer noch grau. Die Sonne hat sich seit Tagen echt nicht gezeigt. Gestern gab es ja das Adventsfeuer und wir waren tapfer und haben draußen im Nieselregen manchmal hagelt. Manchmal hört es auch wieder auf. Also in der Nässe zugebracht. Aber es waren alle ganz tapfer und es war ganz schön. Und so ein Feuer ist ja auch sehr, sehr tröstend. Und da steht man dann eben, trotz Niesel, doch gerne drumherum. Oben drüber leuchtete der Herr Noterstern. Also alles war gut. Aber dass man keine Hoffnung hat, das kann man natürlich schon verstehen. Wir versuchen das heute mal wieder mit einem anderen Gedicht daneben. Also wir fangen aber mit Wilhelm Müller an. Natürlich mit seiner Winterreise. Das zwölfte Gedicht. Insgesamt ist es jetzt schon das 22. Letzte Hoffnung. Hier und da ist an den Bäumen noch ein buntes Blatt zu sehen. Und ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken stehen. Schaue nach dem einen Blatte, hänge meine Hoffnung dran. Spielt der Wind mit meinem Blatte, zitter ich, was ich zittern kann. Ach, und fällt das Blatt zu Boden, fällt mit ihm die Hoffnung ab. Fall ich selber mit zu Boden, wein auf meiner Hoffnung grab. Na ja, so kann man das schon sehen. So kann man das schon sehen. Muss man aber nicht. Man kann ja dieses Blatt dann nehmen und mit ins Zimmer nehmen, ein bisschen trocknen. Noch eine Komutsche drauflegen und einen Stein und daneben eine Kerze. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Die Sarah Kirsch hat es auch mit den abgefallenen Blättern in ihrer Gedichtssammlung Katzenleben von 1984. Da war sie schon sieben Jahre in der Bundesrepublik Deutschlands. Ja auch aus der DDR dorthin gegangen. Oder sah kein Ausweg mehr. Und in diesem Gedichtband Katzenleben, da heißt das letzte Gedicht, Dunkelheit, stimmt auch wieder, wenn ich rausgucke. Und das stimmt ja sowieso, morgen auch. Morgen ist ja der kürzeste Tag. Also, Dunkelheit von Sarah Kirsch. Und wenn sich die Stimmen, Schwester, es brennt der Wildgänse nachts überschneiden, Geh ich von Fenster zu Fenster, Höre die sturmgeschüttelten Bäume Anklopfen um abgefallene Blätter. Da geht es einem wieder so gut nach so einem Gedicht. Und das sind nur fünf Zeilen. Tja, grandios eben. Kuschelt euch ein in der Dunkelheit, schlaft gut. Und morgen, wenn ihr wollt, Hören wir uns wieder am Dienstag. Ciao.